Gute Freunde! Ja, heute mal ganz woanders unterwegs. Aus Komoot eine Tour geklaut. Möchte ich heute mal nachfahren. Burning Trails hier oberhalb Alpendietz. Vor mir die Schaumburg auf der anderen Seite. Ich nehme euch gerne mit. Ein paar Trails sollen dabei sein. Bleibt dabei! See you! Ja, hier geht's in den Wald rein. Sieht schon mal vielversprechend aus. Schauen wir mal! Oh, schön! Oh, schön! Oh, schön! Oh, schön! Musik Oh, Konstantin Park So far ist er auch gerade Musik 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 Gangebärm 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 Holy moly Oh, eine alte Lore Und hier soll ein Aussichtspunkt sein Stefan Schacht Ei, wie Mega Ja, nochmal Danke An den alten Dietzer Local Burn Für diese wunderschöne Tour Schöne Aussicht Schöne Trails Alte Bergwerkanlagen Danke Dafür Kör Kör Ziv Kör 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 Nichts! Wow. Grounded. This river. Over. Everything is always over. Channel 3 8 8 8 9 10 10 10 12 15 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Freunde, schöne Runde heute. Ja, war anstrengend. Länger, als ich gedacht hatte. Ein paar Mal verfahren. Komoot, beziehungsweise mein Navi hat mich falsch geleitet. Hat trotzdem Riesenspaß gemacht, mal Ecken zu sehen, die ich noch nicht gekannt habe. Langenscheid-Trail, Konfirmandentrail. Nochmal besten Dank an die Locals hier aus Altendietz. Börn hat richtig Laune gemacht. Ich komme hier wieder. Bleibt weiter dabei. Meine Abenteuer gehen weiter. Jetzt geht's erstmal in den Urlaub. Bis dahin, Gude. Schüphle. Gude. Schüphle. Ja. Schüphle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020